Wir sind heute beim Spezialitäten-Restaurant, beim Italiener, Matthias freut sich. Es geht auch schon wieder weiter, es geht weiter. Wir haben das ganze Spezialitäten-Restaurant und den lieben Keller für unser ganz alleine. Hier unser Tisch, das saßen wir schon mal vor zwei Jahren. Dankeschön. War es ja nicht so schön? Das sieht aber super lecker aus, Matthias. Und es riecht, ich sage euch, es riecht. Es ist nicht schade, dass es kein Geruchsvideo gibt, weil es riecht fantastisch. Und hier meine Paprika-Suppe. Einfach nur ganz, ganz toll. Wer hier im Hotel ist, sollte das auf jeden Fall machen, das Spezialitäten-Restaurant. Es ist ein Traum. Und wenn man wirklich Glück hat wie wir, wir sind jetzt hier wirklich in dem Restaurant komplett alleine, haben zwei Kellner für uns, also das ist Wahnsinn, das ist jemand in der Küche, es ist hier der junge Mann und also wirklich traumhaft schön. Und hier das kleine Tische, das kennen wir auch manchmal.